Jo Leute, Willkommen zu einer Folge Call of Duty, League Ops 3, die erste Folge, um genau zu sein, ich habe schon ein bisschen gespielt, wie ihr seht, hatte keine Lust aufzunehmen, aber ja, und jetzt zeige ich euch jetzt mal die Kids, mit denen ich spiele. Okay, jetzt habe ich hier die KN44, LV-Visier, Schaft, Vormantengeschoss und schnell nachladen, die Pistole hier, MR6 mit LV-Visier und Schalldämpfer, Schalldämpfer nicht sinnlos, aber, ähm, ja, dann das nächste Waffe habe ich die Men of War, auf dem LV-Visier, schnell ziehen, Schaft, Vormantengeschoss, mit Thermit-Garnate und das dritte Waffe habe ich die VMP, mit Schnellziehen und einem Griff, Sto ist das gleiche und auch mit Thermit-Garnate. Ja. Bei Spezialisten habe ich hier das Malen hier. Den hätte ich so schon sehr weit aufgelevelt, die ist nicht so mein Typ. Dafür habe ich dann den gekauft, den Reaper. Den finde ich auch ziemlich nice. Ja. Dann legen wir mal los und ja, hier gehabt, ein bisschen schwarz, aber ich kann mich nicht mehr. Komm wieder, wenn du bezahlen kannst. Hier gibt's nichts umsonst. Das kann man so Kisten kaufen. Ja, legen wir los. Ich kann nicht garantieren, dass ich diesmal gut bin, aber schauen wir mal Team Deathmatch. Sehr wenige Prestige-Leute. Ja, okay. Ewag geht. Mag ich noch. Wenn ich irgendwelche anderen Kids, die mir empfehlt, dann könntest du auch in den Kommentar schreiben. Ich werde das ändern und ausprobieren. Ja, und los geht's. Ich will ein Team mit dem... Jo, Leute. So, jetzt sind wir in, ich habe das schlimm gehen, weil ich habe vorhin eine Runde gestartet, die hat es je nicht gelohnt. Und da habe ich nur gestoppt. Team Deathmatch. Ich weiß, man muss mal hier es geschafft haben. Black Ops, das Gebiet ist heiß. Alle Kontakte als feindlich betragen. Und schon steht man wieder das erste Mal. Das ist typisch. Feindliche Drohne gesichtet. So. Oh. Kleines Kruppel-Kind. Der Sniper auf nahe Distanz ist eigentlich gemacht auf weit Distanz. No. Komm rein. Okay, die. Oh, der Tamschitz. Der Sniper auf. Der Tamschitz. Der Tamschitz. Der Tamschitz. Der Tamschitz ist nicht mehr. Ich habe auch noch. Ruhe den Abschuss. Der Tamschitz. Ich bin heute in der Streak. Nein, das ist ein Bambus. Schöne Vorräte erwarten Befehle. Ach komm schon. Das ist das schöne. Kann man auch brauchen. Die Sensoren erfassen das Ziel. Schöne, eine Dörre, keine Drohne. Drohne bereit zum Einsatz. Halbzeit. Drohne, eine Drohne abgeschossen. Flindergranate. Drohne erwartet Befehle. Bereit zum Einsatz. Drohnen, Energielevel bei 5%. Rückkehr zur Basis. Perimeter auf 10.000 Fuss über Normal Null. Drohnen, Missionszeit bei 5.000 Fuss. Die Wechtung bin ich schwer. Drohne nähert sich. Die Freunde haben unsere Drohne zerstört. Scheint am Boden. Ach komm schon. Verbündete Kontakrone nähert sich. Weiter vorrücken. Der Sieg gehört uns. Gegner zerstört. Nicht lustig. Ich will auch noch Spaß haben. Kann ich genau sehen wie hier ein. Estorm unterwegs. Das ist die Drohne nähert sich. Genau wie besprochen. Gute Arbeit. Ja. Ziel erreicht. Sieg erreicht. Sieg erreicht. Gоеşte. Ein Schuss. Ein Treffer. Wirst es nicht mal hören. Ja, würde ich mal sagen Nachher Die nächste Folge hinten dran Bis gleich Tschüss